Nächste Sache hat mich auch sehr berührt, aber ich bin ja ein fröhlicher Mann, ich muss ja immer Witze reißen. Mein Vater nannte diese Krankheit ein Tattrich, der hat ein Tattrich, also wenn man so zittert. Ich bin auch ein Geiger, wenn man geigt, das Vibrato, das lernt man auch, ist auch ganz schön, da ist so ein Tattrich ganz gut und auch bei ein paar anderen Sachen ist dieser Tattrich vielleicht ganz angebracht. Insgesamt ist es traurig, aber die Arbeit ist superschön, sieht gut aus auch und ist ein bisschen traurig. Traurig sein gehört zum Leben, Leute. Mohammed Ali might have been the greatest fighter of all time, but there is one fight he couldn't win. Parkinson's. For many, this fight is still going on. Every nine minutes someone is diagnosed, making it the fastest growing neurological disorder in the world. And there is no cure to this day. Printed by Parkinson's. An art collection created by the first machine affected with a human disease. We asked six patients to name an object that became challenging to use due to Parkinson's. Their kinetic and neurological data was recorded through EEG systems and accelerometers and turned into six unique data sets. Then we affected a 3D printer with it. Visualising the impact Parkinson's is having on their daily lives. The collection was launched on World Brain Day and exhibited in Berlin. Online, the stories educated people on the first signs, the progression of the disease and the latest treatments. Today, the collection is permanently exhibited at the neurology department of Charité, inspiring all patients to speak up and break the stigma, one story at a time. Der ADC verleiht Innotion Worldwide Europe einen goldenen Nagel für ihren starken Case printed by Parkinson's für die Charité. Untertitelung des ZDF für funk, 2017